Ja, herzlich Willkommen zurück zu Alien Isolation. So. Dann gucken wir mal, was da so ist. Falschgeräer! Oh. Jetzt sehen die mich. Sehen die mich? Wissen sie ja einzig, ne? Was sind das für Dinger? Was sind das für Dinger? Was ist das für Dinger? Was ist das für Dinger? Schau. Sicher, es ist nirgendswo gelb. Hier Regenzen. Ja, ich stehe damit jemand anderes noch, aber... Sicher bist du auf dich allein gestellt. ... Ja... ähm... ... krass. Ich will ja mal gucken. Hey. Warte, wir wollen was ausprobieren. Nee, ich will den ausrüsten. Hier sieht es sicher aus. Na gut, ich dachte, das Alien kommt jetzt und macht die weg. War das wohl nicht der Fall. Was ist denn unsere Mission? Hier ist irgendwas für ein Interesse, aber ich hab keine Ahnung, wo es sein soll. Sorry. In der Mitte. Okay. Oh. Vordere... Vordere Syntheteningenieur an. Kann sich jemand an... Äh, seh mal... Kann sich jemand von Seedson Synthetix meine Anuriden ansehen? Ich komme gerade von einer 24-Stunden-Schicht mit einem Traumpatienten und ich bin nur der Zahnarzt. Waits will alle Patienten aus den Krankensstationen schaffen und mir erzählt keiner... Was? Wenn ich schon diese Schicht hier beschieben soll, brauche ich ein bisschen Hilfe. Wir haben ausreichend programmierte Androiden hier, aber weil das gleiche Modell am Ende der Station Ärger gemacht hat, sammelt der hier nur unnötig Staub. Was zum Teufel ist hier los? Schickt sofort jemanden her, ehe ich eine offizielle Beschwerde einlege. Einlege oder einreiche? Einlege. Einlege. Einiges. Einiges. Alles klar... Ich lege die Tür auf mal. Wenn ich dann bei den Leuten da... Hier sieht es sicher aus. Am Arsch. Schlimmst, was ist sicher? Tschüss! Kommt mit euch, aber ihr hustet mir zu sehr. Oh, Gesundheit. Dass hier auch immer alles auf Japanisch stehen muss, ne? Boah, das untere könnte ich schon nicht lesen. Das ist aber Kanji. Das zweite glaube ich auch nicht. Das erste könnte ich doch lesen. Waren das nicht drei Leute? Hier voll chillig. Kann ich da rein? Ah, okay. Dass man Schneider benötigt. Kriegt man den dann her? Oh, alles auf Japanisch. Ist das nicht alles derselbe? Name oder... Komponente B habe ich schon genug. Falsche Taste! Oh, wie cool. Die Dinger gibt es hier an der Rezeption. Enge Energie. Ähm... Muss ich jetzt zurück zu diesem Skimit-Turm-Transit-Ding? Naja, warte mal. Warte mal. Wollte ich nicht hauen. Oh, diese Musik. Es gibt immer so... Fleisch. Es gibt immer so eine volle Erleichterung. Dann noch Erinnerung. Gerät umzureichen. Jetzt geht's wieder los. Das ist so ruhig. Was ist das? Ich weiß überhaupt nicht, wo ich jetzt hin muss. Ich weiß überhaupt nicht, wo ich jetzt hin muss. Das ist bestimmt auch wieder Gerät anzureichend. Oh, Scheiße! Du, 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 du... Erstmal ein Stückchen zurück. Und bevor ich da lang gehe, möchte ich gerne hier nochmal gucken. Na, da muss ich aber nicht hin. Oder? Gehen sie jetzt so... Eigentlich wieder schon... ...wieder schon wenig Leben. Oh, okay. Vielleicht diese Bedrücknis... Jetzt sind wir wieder hier. Okay. Okay. Sie hatten klare Anweisungen, nicht auf der Station zu landen. Ich sagte bereits, wir haben Ihre Nachricht nicht erhalten. Wir dachten, Sie würden... Hey! Weisen Sie sich aus! Ripley, von der Torrance. Ruhig, Ricardo! Was zur Hölle ist hier los, Marshal? Wo sind die Sicherheitskräfte? Direkt vor Ihnen. Ich hab das Viech gesehen. Was ist es? Keine Ahnung. Marlow hat es ihr angeschleppt. Der Käpt'n der Anne Sidora. Das Schiff, das den Flugschreiber gefunden hat... Gibt es irgendwo auf dieser Station noch einen sicheren Ort? Diese Kreatur läuft frei rum und die Seaxonsyntheten sind nicht gerade freundlich. Erfluchte Androiden! Ripley? Taylor braucht Hilfe. Krankenstation geht nicht. Da können wir nicht hin. Wir haben eine einfache Lebenserhaltungseinheit im Büro. Wir sollten uns beeilen. Wir brauchen den Transit zum Hauptquartier. Aber der liegt lahm. Transitkontrolle ist oben. Samuels hat gesagt, Sie seien Ingenieur. Machen Sie sich mal nützlich. Nachdem Sie schon die Falle vermasselt haben. Welche Falle? Ja, genau. Darüber sprechen wir später, Waits. Kümmern Sie sich um die, während ich weg bin. Verstanden? Ist das Marshal Waits? Riccardo, halten Sie die Funkverbindung, damit wir in Kontakt bleiben können. Alter. Nee. Alter, das ist voll so... durchgemacht. Warte mal ganz kurz. Huch. Rosig. Wir sollten uns wirklich beeilen. Okay, Moment. Wo müssen wir denn hin? Na, da gibt's was zum Speichern. Da müssen wir da hin. Erstmal speichern. Also bin ich wieder auf mich allein gestellt. Ach. Die bleiben da jetzt alle stehen. Schillen sich hin. Keiner fragt... Woher jetzt Waits kamen. Woher die Sicherheitskräfte kamen. Nein. Das bleibt alles so... Wie es ist. Ich bin wieder mit meinem fetten Arsch. War ich nicht hier schon mal? Das ist sehr bedrückende Stimmung hier gerade. Ich bin wieder... Ich bin wieder mit meinem fetten Arsch. Ich bin wieder mit dem Faden. 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 Warum steht da von Interesse? Was ist denn hier so interessant? Ey, ein Fahrstuhl. Ich bin wieder mit dem Faden. Es muss stricken. Stopp. Ich muss mich stricken. So. Was ist das? Das gefällt mir alles nicht, Leute. Es ist anschlich dunkel. Das wird testen. Oh, niemanden. Das ist total beschissen. Das ist total beschissen. Guck mal, der ist in die Täter. Oh Gott, ich hasse es hier. Was ist das? Was ist das für ein Klopf in die ganze Zeit? Was muss ich jetzt machen? Aktivieren Sie den Nordfallstrom für das Transitsystem. Ey, da ist noch irgendwas. Rechts vor mir ist irgendwas. Jetzt da hinten irgendwo. Tschüss. Eine Fresse. Das ist total beschissen. Echt? Ne, sag das nicht. Alter, man hört einfach im Hintergrund die ganze Zeit dieses Hämmern und dann irgendeinen Androiden. Was hat er da an seiner Waffe rotes? Was? Warum ist der Schrank eigentlich so hell? Geht er wieder runter? Sie werden nirgendwo hingehen. Ich bin ja auch gar nicht hier. Wolltest du wissen, dass ich nicht schon längst weg bin? Das weißt du auch gar nicht. Ich hab' in der Gramasse gezogen. Ich hab' in der Gramasse gezogen. Ich hab' in der Gramasse gezogen. Ich hab' in der Gramasse gezogen und weiß gar nicht mehr, wo der innen. Na. Selbstgespräche. Wann das wieder so ne... Naja, eigentlich ja nicht, aber... Wieder hier die ganze Zeit im Schrank. Ich muss mir selbst den Weg durchschlagen. Alter, wie laut der ist. Kannst du mich mal verpissen? Kannst du nicht mal irgendwo anders hingehen, wo du mich nicht sehen kannst? Was ist, wenn er da oben ist und ich rauskomme? Man kann niemandem trauen. Ich muss mir selbst den Weg durchschlagen. Okay. Hat der mich? Der hat mich gesehen. Das ist total beschissen. Ich seh' einfach nix. Ich steh' wieder da oben. Da oben kann ich nicht mehr hin. Ich muss irgendwie da lang. Ich glaub' mal, dass der da rauskam. Ich muss irgendwie ihn umgehen. Ha, ha! Gott, ich hasse es hier. Aber wie mach' ich das? Was? Man kann niemandem trauen. Ich muss mir selbst den Weg durchschlagen. z.T. Hupf! Ufff! Das ist doch kein Android, oder? Jetzt bin ich hier. Muss ich da noch mal draufdrücken? Wie wird das denn machen? Wenn der da wieder vorne ist? Aber ich beende hier die Folge. Also. Vielen Dank fürs Zusehen. Haut rein!